Wir dürfen es nur nicht übertreiben. Wir nehmen das, was wir brauchen und lassen die anderen in Ruhe. Gleichgewicht und so. Und seid auf der Hut. Wo Beute ist, sind auch Beutegreifer. Jeder einzelne blutsaugende Sumpfkriecher hat uns gerade im Blick. Der sieht nahhaft aus. Der sieht nahhaft aus. In den Korb damit. Seid bloß vorsichtig. Da rührt sich was im Wasser und ich traue der Sache nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.